Neue Sprachmitteilung von Karl-Heinz, Charlie Körbel, Bundesliga-Rekordspieler mit 602 Spielen. Mit Uli Stielig habe ich schon in der U17 gekickt. Nun hast du ihn als deutschen Rekordspieler bei Real Madrid abgelöst. Was bedeutet dir diese Wegmarke? Erst an dem Tag, an dem ich seinen Rekord mit 309 Spielen geknackt habe, habe ich die Bedeutung gespürt. Alle im Verein haben sich irgendwie mitgefreut. Man hatte sogar ein kleines Glückwunsch-Video von Uli für mich organisiert. Das war schon echt cool. Mal schauen, ob ich die 400 Spiele noch voll mache. Das wäre dann eine Marke, die nicht so leicht zu knacken ist.